Hast du schon jemanden ausgewählt, äh, du startet schon, das heißt du hast jetzt wahrscheinlich irgendein random, okay, hey Leute, herzlich willkommen zu Stars Basis Gaming hier in Battlefront 2 mit dem Kalli. Bin ich jetzt Anakin oder Leia? Nein, du bist Leia, ich hab Anakin genommen. Ah, okay, okay. Anakin ist sozusagen gerade brandfrisch hier, äh, gucken wir mal, was wir mit dem so reißen können. Äh, rechts, wir sind in Showdown, nur Kalli und ich gegen hier die beiden, ich hoffe mal, Noobs. Oh Gott, du musst dich um Boba kümmern, ne? Ah, GAU! Der, der Boba ist, der hat ordentlich. Der, äh, hat seine Starcarts aufgelevelt. Ja, ich seh's, ich seh's. Ich hab halt überhaupt gar keine Ahnung von Anakin bisher. Jawoll, das ist nice. Den haben wir ein bisschen weggestoßen. Komm schon! Ah, nein, der ist rausgegangen, der Dooku. Äh, ich seh nichts mehr und ich bin vollkommen blau. Das ist ein bisschen strange. Okay, macht der Dooku doch. Au! Komm schon! Jawoll! Und jetzt hier auf Dooku hauen. Ja, ich hab Dooku besiegt, ich hab Dooku besiegt. Ich bin auch fast tot, aber ich komm zu dir zurück. Sonst, au, 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 au. Ich hab nur noch 180. Muss man eben kurz Leben regenerieren. Oh, das ist richtig nice. Das ist richtig nice. Schön. Der Schild ist super, den nutze ich irgendwie nie als Leia und der ist so gut eigentlich. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Das ist lächerlich, der ist hier oben drauf. Nee, da unten. Oh. Komm. Ja. Damit war es das hoffentlich. Jawoll! Ja, nice, nice. Jawoll! Ich finde Anakin irgendwie geil. Ich hab echt eigentlich gar nicht so gut getroffen, aber ja gut. Oh, Kali, jetzt hast du meine Lieblingsheldin. Die, die ich auf volle Kanne aufgelivellt hast, hast du jetzt für mich weggenommen. Ja, ey! Ich kann ja nix dafür. Wir hätten auch verlieren können. Nein, jetzt wollte ich Luke nehmen. Ähm, nehm ich mal Obi-Wan. Ja, ich hab halt random bekommen, ich kann nix dafür. Ja, ist alles gut, ist alles gut. Ich muss ja auch mal mit den anderen... Ich mein, Layer hab ich ja jetzt voll aufgelivellt. Die hab ich auf Level 25. Ich hab noch nicht alle Starcarts auf 4, aber die, die ich nutze, hab ich auf 4. Jetzt kann ich das auch mal nutzen, um andere Helden aufzulewenden. Ist eigentlich schon ganz gut. Dann komm ich aus meiner Komfortzone mal raus hier. Ja. Und wieder Boba Fett, Alter, ich hasse... Komm schon. Ja, Boba Fett und Dooku. Mal sehen, ob die jetzt irgendwie... In irgendeiner Art und Weise... Oha. Oha, der mit seinen Raketen, ne? Schön. Oh nein, ich hab das Falsche gemacht. Ich wollte eigentlich den Machtstoß machen. Diesen hier. Oh, oh, ich werde sterben. Ich bin so dumm. Oh, danke. Der kann seine Fähigkeiten nicht mehr einsetzen. Oh, du hast mir so das Leben gerettet, ne? Du hast mir sowas von das Leben gerettet. Autsch. Autsch. Komm schon, solange Boba nicht mit dabei ist. Oh man, wir haben jetzt beide hier gegen... Ja, ich bin tot. Boba hat mich sowas von getötet. Ja, der hat alle seine Star Cards auf Level 4. Sonst wären seine Raketen niemals so gut. Okay, jetzt Boba wenigstens raus. Richtig, Boba ist raus. Okay, ich nehm nochmal Obi-Wan. Warum denn nicht? Dann weiß ich jetzt auch, welche Taste welche Fähigkeiten macht. Ich dachte irgendwie, defensiver Ansturm würde auf links liegen und voller Schub auf rechts. Egal. Egal. So, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Schaffen wir hin, schaffen wir hin. Schaffen wir hin, schaffen wir hin, schaffen wir hin. Schabbalabadong. Schabbalabadingdong. Genau das. Juju. 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 Okay. Oh, ich hasse Peption. Oh, ich auch, ey. Der so rumfliegen kann. Ja, die Blitze finde ich viel schlimmer von ihm irgendwie. Ja, auch. Alles schlimm. Alles ganz schön schlimm. Der griebe ist emotet da hinten erstmal, auch gut. Autsch. Alter. Ich hab schon so gut wie gar nichts mehr. Hä? Okay. Warum hier? Hä? Warum hat der defensiven Ansturm hier nicht gemacht? Keine Ahnung. Du hast ihn schon wieder getroffen. Jawohl, er liegt da, er liegt da. Ah nein, nein. Ja. Ah, komm schon. Das kann jetzt nicht sein. Ich hab, ich hab, Palpatine ist so gut wie... Der ist fast down. Ah, und jetzt kippt der mich hier wieder. Okay, warte. Ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Ich helfe dir gegen Grievous. Oh, jetzt haben wir hier... Hab über den weg gestoßen. Oh, oh, ich hab kaum noch Leben. Ich hab kaum noch Leben. Ich muss mal eben rennen. Oh, oh. Der Grievous ist hinter mir direkt. Ich kann's spüren. Ah, 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 ah. Ich hab... Windtot. Das war jetzt der Palpatine, der mich hier erledigt hat. Kacke. Okay, Obi-Wan ist nicht mein Held. Merke ich. Ja. Ich hoffe... Ja. Oh, Kali, dass du das nicht hinkriegst, ne? Ja, alleine gegen zwei, ehrlich. Okay, gut. Ich nehm jemand anderen. Ähm... Ich versuch mal ein bisschen mit Lando. Ich bleib hier. Bei Dingens. Du bleibst bei Luke. Wer kennt das nicht? Luke und Lando. Das Dream Team. Kann ich hier noch ne Karte freischalten? Ne, kann ich nicht. Schade. Das Luke und Lando Green Team. Dream, Dream. Green, Dream. Green, Dream. Green, Dream. Green, Dream. Asthma-Typ, Alter. Ja. Ja, Bosk macht mir so ein bisschen Sorge. Im Prinzip haben die ein bisschen Defensive, ne? Ja. Dank Bosk haben die definitiv... Der hat da seine... Seine Minen hingenommen. Ja, ja. Hab's gesehen. Der haut die Schüsse alle weg. Er reflektet sie und ich reflektet sie wieder. Jetzt ist die Frage, wo ist Bosk? Wo bleibt Bosk? Ah, der ist da links. Okay. Oh, der ist... Ja, der hat seinen Granatwerfer da. Autsch. Aber das... Oh, Vader versucht jetzt von links zu flanken. Warte. Hab ihn weggestoßen. Ah, schade. Dann kann ich da meine Granate auch nicht mehr einsetzen. Ich hau drauf. Ich hau drauf. Warte. Komm, wir müssen weiter... Ah, ich komm hier nicht rum. Ich komm hier nicht rum. Ah, ich komm hier nicht raus. Wieso, wieso. Ah, diesen Gift... Ah, ja. Der wird mich töten. Der wird mich töten. Ich bin hier gefangen. Oh, Mann. Wie hat Bosk sein Leben voll... Oh, die haben alle Starcards auch voll. Bosk hat sein Leben voll wieder aufgelevelt. Boah, ist das mies, ey. Das ist richtig mies. Ja. Ja. Oh, Mann. Die erste Runde lief so gut, ne? Warst du nicht hinter dir? Hä? Es bringt halt nicht viel. Ja, ja. Wie du einfach nur wegrennst. Ja, gut. Jetzt kriegst du dich da mit den Granaten. Ah, 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 ah. Ich kann leider nicht hinter dich gucken, also... Ja, Mann. Das ist echt schade. Erich, Sui und Roras111. Krass. Egal, ich nerv' die jetzt einfach nur, indem ich wegreche. Ja, du hast aber nur noch 3 Minuten 25, deswegen... Und dann ist Gleichstand oder verloren? Ewig, ganz ähnlich. Dann haben wir wahrscheinlich verloren, weil, äh, halt von uns... Ich bin halt schon tot, ne? Haha, ich fand einfach das richtig. Wie dich das freut. Haha, die denken sich auch so dieser Mixer. Ja. Wo ist der? Auf jeden Fall. Äh, Vader hab' ich da einmal kurz gesehen gerade. Der ist so nach rechts gelaufen. Wo sind die? Der ist direkt neben dir. Die wollen dir den Weg abschneiden gerade. Die sind gar nicht mal so dumm. Okay, Vader hat das ausgehalten. Bist out of map. Ahhhh. Komm, du schaffst das noch. Du kannst die besiegen, Kali. Ja, wahrscheinlich. Es ist noch machbar. Na gut. Ahhhh. Warum wirst du die Granaten dahin, als ob die jetzt... Keine Ahnung. Haha, bist du ein Arsch gerade. Da kann man nur darauf hoffen, dass einer von denen ein kleines Kind ist und die Mutter dann sagt, ja hier, deine Spielzeit ist vorbei, du musst jetzt gehen und dann ausgeworfen wird. Ja, genau. Da baue ich drauf auch. Haha, aber irgendwie halte ich das für nicht so wahrscheinlich. Ich auch nicht, ich bin gleich tot wahrscheinlich. Ja. Aber dass sie das nicht checken. Der eine von denen muss in die eine Richtung laufen, der andere in die andere. Dann würden die dich ja auf jeden Fall stellen. Also... Nein, die rennen wir einfach nur hinterher. Jetzt musst du eigentlich diese Musik einbinden. Ja. Das ist schon lächerlich. So ein bisschen. Was machen die denn? Keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht wo die sind. Ah, hinter mir. Ahhhh. ist hinter dir. Aber wo ist Bosk? Das ist so strange, ne? Das ist richtig strange. Warte, ich verarsch dich, ich verarsch dich übel. Jetzt geh ich wieder zurück und ich dachte, ich wollte mir den Weg abschneiden. Das ist so lustig. Das ist wirklich lustig. Ach, du Kacke, ey. Da ist er. Alter, du hast jetzt schon zwei Minuten rausgehauen. Wo sind die dumm? Also ich meine, die haben ihre Star Cards zwar voll hochgelevelt, aber strategisch denken können die nicht. Also ich meine, ich will jetzt auch nichts sagen. Ich bin ja hier gerade auch voll abgekackt. Aber trotzdem, die hatten jetzt zwei Minuten Zeit, um sich einen Plan zu überlegen gegen dich. Und die sind in der Überzahl. Warum kriegen die dich nicht? Das kann doch nicht so schwer sein. Noch eine Minute. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Time to say goodbye. Ey, wo sind die? Bosk ist raus. Bosk ist raus. Ja, da war die Schnauze voll. Oh Gott, ist das lustig. Oh, schade. Ich weiß nur nicht, was jetzt passiert, wenn die Zeit abläuft. Warte, ich lau weg. Ja, aber die haben ja, die liegen ja quasi vorne. Weißt du, die haben ja 2 zu 1 liegen sie vorne. Wenn du den jetzt noch besiegst, ne, ich feier dich so sehr. Oh, der ganze Druck liegt auf dir, Kali. Unglaublich. Unglaublich. Oh, der hätte dich aber auch noch gut erwischt. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Ja, vier Sekunden noch. Überleben noch zwei Sekunden. Eine Sekunde. Oh, schade. Schade. Fast. Fast. Ja, ich glaube, da brauchen wir einen Rematch, oder? Ah, Mann, ja. Und er ist einfach gerangequilltet. Ey, der hat die Schnauze voll gehabt. Ja. Das war schon nicht schlecht. Das ist die neue Taktik, Alter. Unglaublich. Ja, du hast dich sogar dann noch über mich gespielt. Ja. Ich war knapp über dir, jetzt bist du knapp über mir. Ja, weil ich ja ab und wann noch so einen Machtschul gemacht habe und mal weggerannt habe. Oh, Alter. Unglaublich. Das war die beste Runde überhaupt. Ja. Bis die neue Taktik, Gegner so lange abfacken. Bis sie lieben, ja. Auf jeden Fall. Ja, so psychologische Kriegsführung musst du schon einsetzen, ne? Ich frage mich halt wirklich, ob der Boss jetzt wirklich einfach so angepisst war und gegangen ist und einfach nicht hingehen müsste, ne? Möglich, möglich. Aber ich habe zum Beispiel, ich habe eine Zeit lang hier Halo Wars, das war so ein Strategiespiel auf der Xbox gesuchtet und da gab es einen Spielmodus, da war ich dann teilweise sogar auf dem Leaderboard unter den Top 100 und da habe ich richtig dreckige Taktiken angewandt. Wenn ich dann mit einem Spieler gepaart wurde, in einem 1 gegen 1, habe ich mir seinen Gamertag rausgesucht, habe eine Nachricht geschrieben und sobald das Spiel gestartet ist, habe ich die Nachricht abgeschickt. Weil manche haben dann irgendwie so immer am Anfang von so Matches geschrieben, ey, hör mal, wollen wir nicht EP-Farmen oder so. Ähm, und ich habe dann einfach geschrieben, ja, haha, du liest jetzt die Nachricht und bist abgelenkt. Und dadurch hatte ich dann die ersten irgendwie 15 Sekunden einen Vorteil, wenn die Leute das gelesen haben. Manche haben dann auch hinterher zurückgeschrieben, ja, haha, hast mich gekriegt. Und in dem Spielmodus hat halt jede Sekunde gezählt, ne? Ja, okay, das ist krass. Das ist halt eine richtig miese Taktik, aber, äh, kann man schon mal manche Leute mit verwirren. Äh, okay, ich bin gerade irgendwie, ich bin gerade selber verwirrt, die verwirren mich, warum kommen die nicht? Warte mal, ist das, das ist auf jeden Fall wieder dieser Rhoras? Ähm, ich habe gerade so ein bisschen Angst, hier war... Da ist Bo... Sind die beide AFK jetzt? Okay, der Kylo bewegt sich, ich guck mal eben kurz, der Bosk, ouch. Ja, der Bosk macht jetzt auch was. Ich töte mal eben den Bosk damit der auf jeden Fall weg ist. Ja, okay. Bosk ist weg, Bosk ist weg. Komm schon. Ah, schade, die Range davon ist nicht gut. Dieser, die, der Rhoras, der gerade so gut war und uns so gedingst hat, war jetzt der Bosk, der AFK war. Ah, leid. Nimm ich, nimm ich. Okay, jetzt nehm ich aber leider. Nimm ich Yoda. Okay. Yoda. Ja, 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 Yoda. Yoda, 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 Yoda. Yoda. Ja, ich weiß auf jeden Fall, wenn du jetzt wieder als Erster wirst, welche Taktik ich anwende. Ja. Es wäre jetzt so geil, wenn es wieder zwei Mal dieselben gewesen wäre. Ja, ich weiß nicht, also Rhoras ist der gleiche. Vielleicht hat der Michro ja nur gelieft, weil der keinen Bock mehr hatte und ist jetzt zurückgekommen. Aber das weiß ich nicht. Ja. Ich weiß nicht, wer der andere gerade war. Das müsste ich dann nachgucken und... Naja, egal. Ich frage mich, echt, was passiert wäre, wenn ich jetzt, wenn ich überlebt hätte. Zeit abgelaufen. Ja, ich glaube, dann wäre erst noch so eine Verlängerung gekommen und dann, äh... Wenn ich weiter wegrennen würde, dann müsste er auch gelieft. Ja, genau. Ähm... Ich habe so ein bisschen Angst vor Phasma. Mit ihrem Turm, dass der hier irgendwo steht und ich dann sofort... Warte, sind die beide immer noch hier? Ich werfe mal direkt eine Blendgranate. Ja. Der Vader hat keinen Bock, dass die Phasma hier nichts macht. Jawoll. Somit kann man, somit kann man doch gewinnen hier. Komm schon. Der Vader kriegt hier auf jeden Fall... Oh, oh, oh. Der deflektiert... Deflektiert ganz gut. Wo ist er? Da liegt er am Boden. Komm schon. Okay. Hä? Er springt runter. Du stehst mit. Du stehst mit. Jawoll. Ich stehe hier. Du stehst da? Ich bin gestorben. Hä? 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 Ähm... Ja gut. Da kann man dann doch nochmal Obi-Wan nehmen. Er hat halt einfach Selbstwort bekannt. Hä? Ja gut, wenn da ein anderer AFK ist und du jetzt schon die zweite Runde verlierst, ist das halt auch kacke, ne? 2, ja gut, klar AFK, er schreibt halt noch AFK Ich weiß gar nicht, wie komme ich AFK, ja Oh nein, nicht Boba, Alter, ich habe keinen Bock auf Boba Aber die nehmen, also, da kriegt der dann einfach random Helden Ist dann halt die Frage, wenn Boba der AFK ist, wäre das nicht so schlimm Ja, stimmt Aber ich weiß es halt nicht Oh, ja komm, wir gehen mal hier jetzt lang, dass der nicht denkt, wir kommen immer von der gleichen Seite Ich weiß nicht, und dann, ah, da ist auch schon ein Doku Ja, und Boba scheint der AFK zu sein Autsch, das war uncool Nein, ich treffe ihn nicht Komm schon, er kann seine Dings nicht mehr einsetzen Jetzt versucht er die Taktik Finde ich lustig Okay Oh Mann Einen runterschmeißen, glaube ich, oder? Ja, ne, kann, oh doch, kann er wohl Mit seinem Blitz kann er es Okay, warte, ich gehe mal eben kurz, bevor Boba als kein AFK mehr ist Gehe ich mal eben kurz den töten, überlebe so lange Oh, 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 oh Ja, der ist hinter mir Ja, ja, ich weiß, weil der weiß, was ich machen will Oh, shit Der hat mich, äh, so gut wie getötet Warum riechst du wie ein Wookie? What? Lol, er hat mich erwischt Ich bin tot Och, der ist so gut wie tot, der ist so gut wie tot Wo ist er, wo ist er Da ist er Komm schon Autsch Mann, was soll doch denn? Du verlierst, ne? Ja, ich kann doch nichts gegen machen Komm schon Ja, der hat mich jetzt hier Ah, komm schon Ich will nicht Ich will nicht von dir gedings werden Au Das hat wehgetan Aushalb der Map Komm schon, ja, ich weiß Boah Komm schon Ich werde gegen ihn sterben Ich werde so gegen ihn sterben gerade Komm schon Ja, ich sterbe Ja, der ist halt Der ist ein, der ist ein besserer Gegner Der ist ein besserer Dingens Besserer Lichtschwert Du Land Ich will hier Oh, die, die, die Halt die Klappe Flieg Oh Mann Nein Nein Komm schon Au Warum kann er durch meine Deckung durch Ich hasse Dooku Der kann halt auch einfach durch Deckung durch, ne? Ich bin tot Ah Ah, der Bubba ist raus Deswegen war der nicht mehr da Egal, ich nehme nochmal Dingens Dooku kann er dann ja nicht mehr nehmen Oh nein Warten auf Balancing der Teams Das kann ich jetzt sagen Genau What? Sieg, wir haben gewonnen Okay, also Ich werde das jetzt einfach so schneiden Als hätte ich Dooku getötet Dann ist das sowieso alles egal Gut Alles da Ich hoffe, euch hat das Video gefallen Und jetzt habe ich hier Ich habe es hier ganz verwackt Siehst du das mit der Karte auch? Topheld bin ich Und dahinter schwebt die Karte Ja Okay, ne Ich habe mein Spiel einfach verwackt Ist egal Naja, ich hoffe, euch hat das ganz gefallen Lasst doch ein Like und ein Abo da Wenn es das hat Und schaut auf jeden Fall bei Kali Bei Kalimon und bei der Der Herr der Ringe Ist doch jetzt vorbei Damit noch einen wunderschönen Tag Und bis dann mal Tschüssi